und wieder heißt es einen wunderschönen guten morgen und das spiel möchte uns mit diesem wetter sagen junge mit dir bin ich noch nicht fertig ich habe robbie ein bisschen abgegradet ich habe ihm noch ein paar täschchen oben aufgenäht ja er freut sich auch tierisch er kann jetzt richtig viel schleppen und vielleicht können wir ja jetzt hier den rest abholen vom bahnhof oder das machen wir auch denke ich den war ganz gemütliche durch obwohl es schon irgendwie es ist wie spät haben wir es denn wir haben 6 uhr 25 ach das war nur der morgendliche nebel wo ist er denn der kleine scheiße der kleine strom scheiße ich muss ihn ja glaube ich wieder auf folgen setzen ja das natürlich nicht so schlau von mir gewesen das müssen wir natürlich machen folgen sie mir unauffällig ja und er kommt da auch siehst du das funktioniert auch hinten waren wir schon oder ja hier waren wir schon kein strom mehr oder keine lust was ist es von beidem ok die hatten wir auch durch ja ja die auch gehen wir mal vorsichtig hier hinter schauen mal wer hier auf der ecke hinter der ecke auf uns wartet im moment hinten steht einer ok ist ja egal der kann ja da erstmal rumstehen er tut uns da nicht so weh noch nicht zumindest wird nicht mehr lang dauern dann will er es tun hier ist auch noch eine ok wenn wir da weg die sonne geht auf ist das schön oder und wir luten uns bis in den sonnenuntergang so robbi robbe packen wir schon mal was rüber und bogen bitte hier noch irgendwas zu sehen außer dass du mein pfeil hast nö hier gibt nichts schön bei fuß haben wir jahrelang geübt die machen wir alles schön weg hier die brüder oh den haben wir ja fast übersehen hier ok dann gehen wir erst mal ok ich könnte wetten hier hinter steht doch wieder einer oder das will mir doch das spiel wieder sagen dieses diesen hu moment wieder auskosten nehm ich mich zu tode erschrecke und wohl doch nicht du willst mich doch nur fertig und da ist er doch sage ich doch einer wartet hier immer wer damit hobbi dir gebe ich wieder was rein damit ach da könnten wir gleich mal so ein ding trinken hier nom 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 und weiter geht's wir gehen mal hier hinter da war nix drin doch 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 das spiel war nicht so schnell wie wir meine na steht doch einer oder nee doch wenn man schon 5000 mal hier erschreckt wurde dann dann weiß man irgendwann so ich mit mir heule du lächelst immer du bist ein braver ein braver bohr bist du oh aber die zombie population die ist ja schon ein bisschen bisschen mehr die ist hier oh oh hohohoho gut bei dem war es in ordnung der hat sich angekündigt ne der ist ganz gemütlich hier um die ecke gelatscht und alles war gut und alles war gut gibt es da was ich will weiter mit der pistole schießen weil ich habe die befürchtung wieder eine dass wir die schrotflinte noch ein bisschen brauchen könnten später automatisch nachladen das wärs oder das wär eine das wär eine eine reicherung für dieses spiel so noch einer hier ne hier hinten vielleicht auch nicht gut robbie räumen wir die putze leer hier verrückt verrückt alles hier ja mein freund 72 da passt noch was rein dann haben wir ja auch noch den nächsten sack den können wir auch noch voll packen nehmen wir das ja auch noch mit ja mittlerweile haben wir echt gut holz schon gesammelt da haben wir auch über 220 glaube ich schon wieder und das ist natürlich herrlich es ist das herrlichste vom herrlichen 35 kilo also hier wird sich einem ja richtig was geboten ob einem das was sagen soll was die sagen hier deck dich nochmal ordentlich ein mit stoff du wirst es bald brauchen hm hab ich so ein bisschen das gefühl kommst du du kommst mit das ist brav du bist so ein braver du bist so ein toller kleiner stromhund den kann ich oder da gibt es wieder viel metall und schon wieder eine große kiste oh leute 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 komm mal mit hundi wir gehen mal hier ein bisschen rumschrauben mhm zack der herr damit nur vom feinsten für unseren zug wird schon wieder was knurren um der ecke hier um die ecke rundherum wird wieder geknurrt ohne ende hallo hallo irgendwo knurzgewaltig auf dann kommst du hier rüber теперь haben wir noch nicht ich bin auch so ein bisschen gespannt wo sich das spiel noch hin entwickeln wird denn es gibt ab und an updates also der entwickler ist da immer noch dran das finde ich gut es ist dann vielleicht irgendwann auch mal eine zweite staffel geben wird aber jetzt sind wir noch am anfang von der ersten glaube ich zumindest ich habe überhaupt keine ahnung wo das spiel uns hin führen wird oder wie weit das noch geht hier müssen wir uns ein bisschen vorsichtig durchhangeln dann geht es in die stadt oder ja noch was du kommst her ich brauche mich das fässchen nehmen wir uns gleich noch mit und wir haben schön viel metall das ist gut das ist gut denn auch noch mit wie dein dienst wird verlangen wenn ich immer so ab und zu rum wackeln mit der maus da liegt daran dass ich weiß nicht habt ihr das auch dass man mit dem arm immer weiter nach vorn geht und irgendwann so eine riesengroße fläche von 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 maus pet braucht das ist schon irre man rutscht halt so rum die ganze zeit und das ist das schön rumrutschen ist ja auch nicht schlecht und plastik brauche ich gerne so du hast kein feil von uns das sieht schon interessant aus da oben gut aus das ist das gegen wir den von mir ja eindeutig nehmen wir die spritze in die hand und was hier los ist keiner da ist den essen das ist gut holziges holz irgendwie beschleicht mich das gefühl wenn wir nachher diesen den weichen schlüssel haben da diesen komischen den wir dringend brauchen dass dann wieder irgendein alarm angeht deswegen kann welches und haufen munition schon gefunden sagen ich gehe ausladen dann sehen wir uns schon gleich an genau dieser stelle wieder wenn wir dann die city erobern mit unserem coolen kleinen roboter und in den wir richtig viel reinpacken können bis gleich so da bin ich auch schon wieder zurück aber bevor wir in die stadt hinter rennen müssen wir natürlich noch hier nach oben gehen da war doch auch noch was ja mein kopf ist manchmal schneller als alles andere bei mir wohl dann machen wir doch schnell eben nach jahren dieser tür hat eben noch einer umgeprügelt wie ein wahnsinniger den habe ich noch eben entsorgt er hat mich ganz verwundert angeguckt wer ich denn bin und was ich denn hier mache in seinem bahnhof gibt es hier noch irgendwas interessantes irgendwie ich glaube schon oder wie kommt denn der hund hier mit nein da steht einer da stand einer und jetzt kommt doch bestimmt gleich wieder einer um die ecke oder da gibt es auch noch was okay und du kommst ja doch hoch und schon mal an so ein braves wauzi wauzi wie ist das rätsel lösung gehen wir schon irgendwie raus oder vielleicht sollen wir das auch gar nicht rauskommt denn ihr alle wieder her sagt man ich habe doch hier vorhin alle weg gemacht und stehen sie wieder da und klotzen mich komisch an na also ich weiß ja nicht gute frage wenn ich da jetzt runter springen dann da wieder zurück würde ich wieder zurückkommen latscht ihr mal da schön im wald rum ich gehe mal herunter es gibt ja hier sachen die ich unbedingt braucht vielleicht so ein weichen ding oder ein hartes ding weiß noch nicht und da hinten läuft darum schaut euch das an der ist ja jetzt ist ja traurig doch alles gut zwischen uns oder kommt er irgendwo nicht weiter 43 kilo und schon bin ich voll mal gucken was wauzi hat was sie denn ach ich muss hier tatsächlich okay was sich hier das geht natürlich nicht auf nee ist klar das geht auch nicht auf ist auch klar wo ist er jetzt hin der hund und die und die da ist er mensch du trötchen gegeben oder was was machst du hier für komische sachen sag mal mein jung musst du jetzt hier mit oder oder nicht aktivieren auf folgen ja komm wir sind doch noch nicht fertig irgendwie ist er kaputt gegangen oder was soll mir das jetzt sagen deine kai noch nicht so richtig mhm rückzug rückzug machst du auch nix ja hobby da muss ich dich wohl mal irgendwie was machen wir jetzt mit dir kann ich dich aufheben ja lass dich denn einfach mal wieder hier irgendwo fallen und aktiviere dich wieder bist du wieder frisch jetzt bist du wieder frisch oder hobby 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 was machen wir mit dir ein oder andere schaltkreis durchgebrannt ich würde sagen das war es ja auch schon hier oder gehen wir doch mal ganz gemütlich in die stadt wenn er denn lust hat unser hobby muss ja nicht du kleiner ist aber schon von der anderen sorte oder du bist ja verrückt junger irgendwie sind die alle wieder da mit haben wir es denn 14 uhr 36 d da mache ich noch mal kurz pause und wir gehen dann gleich in wenigen augenblicken für euch in die stadt rüber bis gleich wir bewegen uns mal tatkräftig richtung stadt und ich muss leider feststellen dass die die zombies auch wirklich wieder kommen das ist jetzt hatten wir das noch nicht wo sind wir denn jetzt bin ich schon wieder gelandet hier alles verwirrt bin ich hier im kreis gerannt glaube ich bin im kreis gerannt ich habe auch nicht neu geladen in der zwischenzeit irgendwie mit meinem professionellen orientierungssinn habe ich mich hier ein bisschen verrannt glaube ich gerade du kommst auch noch hierher irgendwie ist doch da was faul hier waren wir noch gar nicht und dann nehmen wir das noch schnell mit nützt ja nix nützt ja nix heiser zerplatzt gut am platz soll es uns hier nicht mangeln wir können viel mitnehmen gehört sich das auch aber bin ich denn irgendwo vorhin falsch abgebogen ja was nicht mitbekommen aha 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 ja macht ja nix ein damit ist damit ich nehme auch mit ich nehme nicht mit ähm gewehr munition die können wir noch wegpacken weil wir haben ja noch keins nicht leer genau das war das ja irgendwie bin ich hier doch wieder in einer region gelandet in der ich noch nicht war ja das ist ja alles komisch 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 mal mit hundi da sind wir doch irgendwo falsch abgebogen äh gebogen worden gebiegtet hm ja du hast zeit ja ja du hast zeit mal hier überall stoff es ist ja wirklich komisch 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 ja bringt das mal alles hier hier rein damit in unsere super hundi hm tatsächlich hier waren wir noch nirgends ach das ist schön aber das macht ja nix das nehmen wir trotzdem alles mit wollen ne wenn wir einmal hier sind das haben wir nicht nein 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 das zeug bei dir so ein haufen zeug so ein haufen zeug wo sind wir denn da vorhin falsch abgebogen das ist ja nicht schlecht aber ich habe ich war doch der meinung dass wir hier schon waren hm das hatten wir doch vorhin alles schon gemacht ja die sind ja auch leer ja nö da gehe ich noch mal ganz kurz ausladen und dann sehen wir uns gleich hier wieder und dann gehen wir schon langsam mal Richtung Stadt na schau meine an ich habe mich wieder richtung ja irgendwie durch den irrgarten hindurch gekämpft und wir sind jetzt hier unterwegs in Richtung City und die sieht hochinteressant aus diese Stadt da werden wir natürlich unheimlich viel finden und ich hoffe ja dass wir ein paar teile für unseren ob die roboter finden und natürlich dieses besagte weichenteil was wir brauchen um hier weiter voranzukommen meine Zielgeschichte ist immer besser ihr seht das schau mal einer an der ist ein schulbus joi joi du bist da ja du bist da ich glaube fast ich habe viel zu wenig feine dabei mich beschleicht so der eindruck und bleibt doch einfach stehen da es ist aber hübsch hier so kleines dürfchen du hast ein pfeil ich habe doch gerade gesehen da hier könnte man reingehen in den bus in welche mal rein gibt es ja was tolles ja okay hier kann man durch könnte man durch oh jetzt komme ich hier nicht wieder raus ach das ist ja toll kommst du hier raus oh latsch da durch ne ist klar das ist klar ne dann nehmen wir das mit eine Garage und hier kann man sich schön Fußball angucken das ist doch toll oder das ist doch toll joo und in der nächsten Folge gehen wir wunderbar durch diese Stadt und nehmen uns alles mit was wir kriegen können und packen das alles in diesen wunderbaren kleinen Wuffi bis zum nächsten Mal Abo und Like nicht vergessen das wäre ganz ganz lieb von euch und dann sage ich schon mal Tschüss